Ja, hallo hier von der Global Logistics Group GmbH. Heute geht es mal nicht um Autos, sondern um Motorräder. Die Sonne ist draußen, auch wenn es nur noch so 10 Grad sind, aber wenn man sich vernünftig anzieht, ist das immer noch ein ideales Wetter, um mal eine Runde mit dem eigenen Motorrad zu drehen. Wenn ihr noch auf der Suche nach einem Motorrad seid, dann sprecht uns gerne an. Wir haben überall Kontakt in den USA. Diese wunderschönen Stücke sind gerade heute Morgen von den Kollegen aus dem Container entladen worden, kommen aus dem sonnigen Florida. Und wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, wendet euch an uns www.global-logistic-group.com, sendet uns eine Anfrage. Wir haben überall in den USA Scouts, die auch Motorräder besichtigen können. Falls Interesse an einem dieser Bikes besteht, sprecht uns gerne an. Wir bedanken uns auch immer für jeden, der uns einen Daumen da lässt und das Ganze abonniert. In diesem Sinne, sprecht uns an, Global Logistics Group.